Wir haben ja Volker, unseren Modul-Superfan und Fabian, unseren Suzuki-Superfan hier, ermöglichen den beiden heute mal ein paar Blicke hinter die Kulissen beim 36. ADAC Supercross hier in den Dortmunder Westfalenhallen. Hier hinter uns ist die Strecke, da schauen wir jetzt gleich mal drauf und gehen aufs Siegerpodest. Da kommen Zuschauer sonst nicht hin, eben nur die, die sonst diese Rennen hier gewinnen. Sie wird jederzeit wieder hierher kommen oder beim Modul-Gewinnspiel mitmachen, denn die Sarah von Modul und der Marin von Suzuki sind einfach klasse und die haben uns super verpflegt und an die Hand genommen. Wir hatten direkten Kontakt zu den aktuellen internationalen Rennfahrern und den Freestyler. Es war einfach klasse und die Suzuki VIP-Launch ist auch hier super angekommen mit Getränken, Essen, so viel du willst und es war einfach Bombe. Es war ein mega Event und ich komme gerne wieder. Dankeschön. Ja, von meiner Seite auch, es war ein super geiles Event. Wir hatten super viel Spaß, geile Leute waren hier. Wir hatten direkten Kontakt mit den Fahrern, wir durften auf die Tribüne, wo sonst eigentlich keiner hin darf. Und das alles hat uns Suzuki und natürlich auch Modul möglich gemacht und dafür möchte ich mich auch bedanken. Vielen Dank. Drei Tage Vollgas-Action in der Westfalenhalle. Das ADAC Supercross Dortmund ist die älteste und traditionsreichste Veranstaltung ihrer Art in ganz Deutschland. Von Freitag bis Sonntag geben sich nationale und internationale Topstars in den Klassen. SX1 und SX2 die Ehre. Racing vom Allerfeinsten. Das ist packender Motorsport zum Anfassen. Drei Tage Vollgas-Action in der Westfalenhalle. 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 Untertitelung. BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 BR 2018 Untertitelung des ZDF, 2020